Das ist Tom. Tom ist als Influencer auf verschiedenen Social Media Plattformen aktiv. Mit seiner Reichweite würde er gerne Geld verdienen und ist daher auf der Suche nach Unternehmen, für welche er Produktplatzierungen auf seinen Profilen anbieten kann. Das ist das Unternehmen Topfit Supplements. Es ist ein Startup und vertreibt eine Vielzahl an veganen Sport- und Fitnessnahrungsmitteln, wie zum Beispiel Müsli-Riegel. Um geeignet Werbung für ihre junge Zielgruppe schalten zu können, ist Topfit Supplements auf der Suche nach Influencern, welche diese erreichen. Um sowohl Tom als auch Topfit Supplements zu helfen, haben wir während unseres Teamprojekts einen Marktplatz geschaffen, welcher die Schnittstelle zwischen beiden Parteien darstellt. Wir haben diesen B2B-Marktplatz, welcher Influencern Unternehmen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit bietet, konzeptioniert und anschließend implementiert. Das ist die Startseite von unserem Marktplatz YouFluence. Da Tom bereits registriert ist, gelangt er über die Login-Seite in die Account-Ansicht. Auf dieser sind verschiedene Daten, wie zum Beispiel seine Reichweite, auf verschiedenen Plattformen und seiner Branche gespeichert. Als erstes erstellt Tom eine Anzeige. Für diese gibt er an, auf welchen Plattformen und in welcher Form er gerne für ein Produkt werben möchte. Aus seiner Reichweite errechnet sich automatisch ein Preis für seine Angaben. In der Beitragsübersicht findet er alle Angebote der Unternehmen und bekommt über gezielte Filterungen alle relevanten Beiträge für seine vegane Zielgruppe angezeigt. Da Tom sich die Müsli-Riegel der Unternehmen Fitness First und Topfit Supplements merken möchte, favorisiert er diese. Durch einfaches Anklicken erhält Tom mehr Informationen zu den beiden Angeboten. Über den Menüpunkt für dich erreicht Tom die für dich Seite, auf welchem neben seinen Favoriten auch noch andere personalisierte Inhalte automatisiert dargestellt werden. Da Tom die Unternehmenskultur von Topfit Supplements am meisten überzeugt hat, entscheidet er sich für den Müsli-Riegel dieses Unternehmens. Um seine Interesse zu bekunden, kontaktiert er das Unternehmen über das entsprechende Kontaktformular. Das eingeloggte Unternehmen Topfit Supplements hat dann bei Interesse an einer Kooperation mit Tom die Möglichkeit, diesen zu buchen. Dafür sucht das Unternehmen im Influencer-Katalog nach Tom. In seinem Profil kann es dann die Anzeige buchen. Hierbei hat es die Option, den Tag der Dienstleistung auszuwählen. Nach Bestätigung wird das Unternehmen in ein Checkout-Fenster weitergeleitet, in welchem es einen Überblick über die Buchungsanfrage erhält. Nach Absendung kann das Unternehmen in seinem Account alle getätigten Bestellungen einsehen. Die Firma Topfit Supplements ist begeistert. Sie konnte nun den für das Produkt passenden Influencer buchen und dieser kann anschließend das Produkt seinen Zuschauern vorstellen. Auch Tom ist zufrieden. Seine Anzeige wurde dank der Übersichtlichkeit unseres Marktplatzes und der Möglichkeit zur Kontaktaufnahme innerhalb kürzester Zeit gebucht. Er kann nun die Müsli-Riegel der Firma Topfit Supplements seinen Zuschauern präsentieren. Er kann nun die Müsli-Riegel der Firma Topfit Supplements seinen Zuschauern präsentieren. Vielen Dank.